Guck mal am Spiel dann, ja? Es ist alles so gemacht, wie ich es haben wollte. Rot, weil es hier die Keile an der Seite, alles rot eingepasst hier, siehst du? Alles rot. Innentasche, mit englischem Lederhack, kriegst du rausfittern lassen. Links der Tasche, rechts der Tasche, hier an der Seitentasche. Also, ich würd's ja tragen, und wenn sie mir auch nicht mehr zu groß ist. Du wächst doch hin, du bist doch größer. Mir passt doch, wir haben doch weder, du bist ja sogar noch halb ein Korb größer. Mir passt doch. Bitte? Na, du bist doch nicht so ein Erdnuckel. Soll ich so überziehen? Mir passt doch. Mann, Mann, so ein schöner Teil. Mir passt doch. Hat keiner, ganz berlinisch. Ist extra angefertigt? Bitte. Krass. Na ja, klar. Ich bin ja auch ein bisschen voll durchtrainierter wie du, ja? Nicht hier, jeden Abend hier. Nee, oben war ich gesparen, ja? Ja. Hier, und wenn du ausbreitest, guck hin, wie geht aus. Ach, zinkt du das? Wie ein Adler. Damit kannst du Punkte machen, aber wenn du willst. Ich würd's mir nehmen. So ein Teil kriegst du nie wieder, aber du musst's ja nehmen. Echt? Oh ja, ja. So ein Teil kriegst du nie wieder. Alles Englisch wiederkicken. Kann ich, extra alles machen, dass wir. Alles Englisch wiederkicken. Wow.